5 Gründe, warum ich Nahrungsergänzungen nehme. Grund Nummer 1. Wir haben in unserer Chemiekasten Nahrung kaum noch Mineralstoffe, aber dafür sehr viel Aluminium. Grund Nummer 2. Die Verzehrstudie und fast alle Labore werden dir bestätigen, dass das gesamte Volk ziemlich viele Mängel hat. Grund Nummer 3. Die Empfehlungen zu Mineralstoffen und Vitaminen in Deutschland im Vergleich zu Europa sind ein Lacher. Grund Nummer 4. Untersuchungen haben gezeigt, dass Naturvölker bis zu 20 mal mehr Mineralstoffe und Vitamine aufnehmen. Punkt Nummer 5. 50% von uns bekommen einmal im Leben die Diagnose Krebs. Die Zivilisationskrankheiten wie Herzinfarkt, Schlaganfall usw. gehen komplett durch die Decke. Und das Letzte, was ich jetzt haben möchte, ist irgendwo ein Mineralstoff- oder Vitaminmangel. Das ist der Grund, warum ich diese mangelhafte Ernährung definitiv ergänzen muss. Und das mache ich mit meinem Nahrungsergänzungsmittel, weil ich da sicher bin, dass die Qualität gewährleistet ist und dass es natürliche Rohstoffe sind. Das sind die 5 Gründe, warum ich Nahrungsergänzung nehme. Wenn ihr das ganz ausführlich haben wollt, da habe ich ein längeres Video zu unten in der Beschreibung. Aber natürlich alles keine Empfehlung, ihr wisst Bescheid. Wenn ich als Politiker Schnaps anstatt Bier empfehle, dann ist es okay. Aber wenn ich Vitamine empfehle, dann mache ich mich sofort strafbar. Heute gibt es noch eine sehr, sehr gute Nachricht und zwar haben wir immer noch heute 20% Rabatt auf alle Produkte im Shop. Wenn ihr noch heute bestellt, dann kommt es sicher noch vor Weihnachten an. Deswegen unbedingt Gas geben, weil ganz ehrlich, was gibt es für einen besseren Liebesbeweis, dass man sich für eine andere Person kümmert, wenn deren Gesundheit einem am Herzen liegt? Ich meine, das ist doch tausendmal besser als Socken zu verschenken oder irgendwelche Hörspielkassetten von Benjamin Blümchen. Nichts gegen Benjamin Blümchen. Auf jeden Fall gibt es heute noch 20% Rabatt auf alle Produkte. Und eine Frage habe ich, weil ich ja immer nicht weiß, wie kann ich euch am meisten helfen? Ich habe jetzt sehr viele Finanzvideos gemacht. Schreibt mal unten einfach rein, weil ganz viele haben anscheinend die Gesundheit nicht so richtig auf dem Zettel. Das Wichtigste ist immer die Gesundheit. Und deswegen schreibt mal unten rein, ob ihr eher Videos haben wollt zur Gesundheit wieder. Mindset, finanzielle Intelligenz oder Beziehung. Weil Nachrichten und Nachrichten, ihr werdet in allen Bereichen angelogen. In allen. Egal ob es Beziehungen sind, Geld verdienen, Schulsystem, egal in welchen Bereichen, Gesundheit, ihr werdet nur angelogen. Deswegen schreibt einmal unten in die Kommentare, welche Themenbereiche du am liebsten hören willst und dann unbedingt auf den Shop gehen. 20% nur noch heute, dann kommt es sicher vor Weihnachten an. Und bis dann, euer Coach. Das ist der Süßholzwurzel, ganz Natur. Und darum Genuss und Heilmittel zugleich. Besonders für Magenleidende bin ich eine Wohltat. Dasselbe gilt für die Atmungsorgane und den Teint. Darum Gesundheit nicht vergessen, Lakritzen essen, Haribo, Haribo, Haribo macht Kinder froh. Rudi, weißt du schon was Neueste? Klar, dass du kein Nutella kriegst. Was? Omi, was haben wir da nur gemacht? Das ist gar kein Nutella. Ja, ist denn das nicht das Gleiche? Aber Frau Schulz, das ist doch nicht das Gleiche wie Nutella. Richtig. Nutella ist nicht mit jeder Nuss-Nougat-Creme zu vergleichen. Nutella hat nämlich, summa summarum, viel Eiweiß, Calcium und Eisen. Das sind unentbehrliche Lebensbausteine. Sie machen Nutella so wertvoll. Also, auf die Lebensbausteine kommt's an. Nutella. Lebensbausteine für jeden Tag.